Hallo, wir wollen euch heute erklären, wie man Flächeninhalte berechnet, und zwar am Beispiel von Anna. Anna möchte eine Seite ihrer Kartonschachtel mit buntem Papier bekleben. Sie will wissen, wie groß das bunte Blatt sein muss. Und so macht sie das. Zuerst misst Anna die Längen der Seiten. Beim Quadrat sind alle Seiten gleich lang, deshalb nimmt sie zwei Seiten mal. Die Seiten sind 10 cm lang. Jetzt rechnet sie 10 cm mal 10 cm. Das ergibt 100 cm². Die Formel für jedes Quadrat ist, Groß A ist gleich A mal A. Das große A steht hier für Flächeninhalt. Die kleinen a's stehen für die Längen der Seiten und sie sind Variablen. Variablen sind Buchstaben, die man durch alle Zahlen ersetzen kann. Anna weiß jetzt, wie groß das Blatt sein muss und sie beklebt ihren Karton. Wie offen es hat euch gefallen. Und merkt euch. Länge mal Breite. A mal A. Und das noch einmal.